Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Konkurs Gaming und zu Hitman. Ein neues, schwer zu fassendes Ziel haben wir hier, Nummer 15 glaube ich inzwischen, der Todesengel. Wir schauen einfach mal rein. Oha. Oha. Ja, vielleicht können wir da ja auch einen kleinen Giftunfall oder sowas arrangieren. Ähm, mhm, mhm, interessant. Wo starten wir da? Am Bazaareingang? Im Café vielleicht? Da können wir uns zumindest so eine Eintrittskarte besorgen und so ein Kram. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo ich gerne starten würde. Goldmünze, ah, Münzen finden wir. Hier, ich nehme mal so eine Spritze mit Brechmittel mit. Und, äh, so ein kleiner Ampulle mit Brechmittel. Äh, quasi, um zu, äh, schauen. Was haben wir denn hier? Fünf Aufträge mit schwer zu fassenden Zielen. Haben wir, haben wir. Lautloser Killer. Äh, schließen Sie fünf Aufträge mit einem schwer zu fassenden Ziel in einem beliebigen Ort als lautloser Killer ab. Ja, da bin ich ja immer noch dran. Das haben wir eigentlich schon geschafft. Ist egal. Äh, Marrakesh. Oh, da bekommen wir den schönen weißen Anzug. Ähm, Engel des Todes und lautloser Killer. Ja, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, so, äh, wir platzieren uns einfach hier in der Werkstatt. Noch einen Dietrich, falls wir den irgendwie brauchen. Ich weiß es nicht. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir die eine gute Dame finden können. Verfolgen die so ein bisschen, ne, quasi Scouting-Folge. Und legen uns einen Plan zurecht. Ähm, probieren vielleicht das ein oder andere Ding schon mal aus. Wir müssen ja auch erstmal rausfinden, ne, ist sie vielleicht in Begleitung? Ich glaube nicht. Hat sich nicht so angehört. Oder wo ist denn das Bild da aufgenommen worden? Ist das in der Botschaft? Treibt sie sich doch in der Botschaft rum? Ja, das war natürlich ein Ding. So, hier haben wir also die, Mitgliedskarte auf jeden Fall schon mal. Ach, hätte ich mir nicht hier drinnen auch irgendwie was verstecken können? Ich weiß es gar nicht. So, ähm... Sie wurde vor ein paar Stunden also im Stadtzentrum gesehen. Wir haben keine Ahnung, wo sie sich jetzt befindet. Sie sollte ja nicht sonderlich schwierig zu finden sein. In ihrem grünen Outfit. Es sticht hier schon ein bisschen hervor. Die Marrakesch ist halt mega voll hier. Also ich vermute nicht, dass wir irgendwie mit der Spritze vorankommen werden. Aber vielleicht geht's ja irgendwann mal ins Shisha-Café. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall nehmen wir uns hier erstmal einen Satz Werkzeugen mit. Ah, nee, nee, lieber nicht, danke. So, dann gehen wir mal schauen, wo die gute Dame sich befindet. Na, habe ich sie angerempelt? Schade. Ja, mal schauen. Sitzt sie vielleicht hier vorne im Shisha-Café? Ich frage mich immer noch, wo das Bild aufgenommen wurde. Wurde es hier aufgenommen? Das könnte sein, ne? So vom Hintergrund her. Könnte, muss nicht. So, wo ist die gute Frau? Vielleicht sollte ich sie einfach mal auf dem Dach hochklettern. Und von da aus schauen. Da hinten ist ein Typ mit einem grünen Hut. Na toll. Da hinten ist der Handwerker gelaufen. Ja, hier diese grünen Hüge. Die haben mich gerade so ein bisschen... ...ganz kurz auf die falsche Fährte gelockt. Ja, hier bei den Protestlern wird sie sich wahrscheinlich nicht rumgreifen, ne? Denke ich mal. Ich denke auch immer noch so vom Bildhintergrund, sie könnte irgendwo tatsächlich in der Botschaft sein. Aber was soll sie in der Botschaft? Sie ist Engländerin. Ah, Miss Davis. Ja, vielleicht krabbel ich sie echt mal auf dem Dach hoch. Also früher oder später, würdest du wahrscheinlich im Shisha-Café auftauchen. So, hier können wir uns ein paar Münzen mitnehmen. Ja. Nope. Oh, aber kannst du eine Tafel für zwei? In 6.30 Uhr. Für Symbi. Harpens, Harpens. Oh, willkommen, willkommen. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal an ihr vorbeigerannt, ohne es zu merken. So, ich werde jetzt noch einmal hier reinschauen. Wenn sie da nicht ist, dann kletter ich echt mal auf dem Dach. Ach, wo ist die Gute? Oh, du hast keine Ahnung, wie dumm du siehst. Ja, 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 bla. Ah, und sofort ist die Musik weg. Interessant. So, sehen wir sie vielleicht schon von hier aus? Nope. Vielleicht sitzt ihr auch hier drungen beim Päppchen-Glader an dem Fisch. Schade, wie er sein kann. Diese Typen mit den grünen Hüten haben die auch nur hier reingesetzt, um uns zu verdöhnen, ne? Da hinten läuft sie. Da läuft sie. So, jetzt muss ich hier natürlich wieder einigermaßen schärf unten kommen. So, jetzt zeige ich wenigstens grob eine Richtung, wer ich sie suchen kann. Ja, ja, klar. So, schnell, 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 schnell. Und dann müssen wir sie gleich wiederfinden. Geilte. Läuft hier einfach so durch die Gegend. Leider entheften wir uns mal ein bisschen an ihre Fersen. Tja, wenn sie irgendwie da unter das Zeichen vom Shisha-Kaffee gehen würde, könnte man da einen kleinen... Sie wird ja von einem Polizisten begleitet, ne? Kann nicht sein. Aber der guckt sie so an. Ja. Sie hat tatsächlich einen Bodyguard. Ich weiß nicht, der Typ in Rot hier scheint auch dazu zu gehören. Interessant. Ja, die gehören beide dazu. Oh, heaven. If only my dear, sainted husband could see this. You know, in Europe, the hat shops are all closed. Now at least people sit behind their little screens and buy everything on the internet. Ja, indeed. There's still so much to see. Let's be honest. Shit, man, die. Gott. Okay, sie hat also eine Eskorte. Zusätzlich dazu, dass die Straßen hier echt belebt sind. Aber, na gut, die kann man natürlich im Notfall ein bisschen aufhalten, die Eskorte. Und dann könnte man da hinten vielleicht, na ja, da guckt noch ein anderer Typ rum, ne? Ansonsten könnte man da was mit einer Münze, einem leck geschlagenen Motorrad und so einen kleinen Kühlsprengsatz machen. Ich vermute mal nicht, dass sie irgendwo was probiert. Ja, da hängt überall noch mindestens ein Typ rum, ne? Ja, da können auch zu viele Leute reingucken. Sonst könnte man ihr da tatsächlich irgendwo unauffällig in Spritze verfassen. Ansonsten, wenn die Eskorte nicht so dicht bei ihr wäre, könnte man natürlich auch locker irgendwo einen Feuerlöscher hinlegen. Und den dann mit einem Scharfschützengewehr zum Beispiel in den Luftsprengen, ne? Hier zum Beispiel. Könnte man da oben vom Dach dann gemütlich runterschießen. Wenn sie hier drunter lang geht, dann hätte man vielleicht die Chance, mir das Schild auf den Kopf zu schmeißen. Das könnte man mal probieren. Ja, ich war ein Wachstum. Hörbein! Mit dem richtigen Timing geht das, denke ich. Ach, Quatsch. Sie geht echt hier durch. Oh, da hätte man sie, also wenn man das weiß, dann kann man sie da natürlich mit einer Spritze, kann man ihr da auflauern. Und draußen einfach die Typen ablenken. Das wäre natürlich genial. Das ist vielleicht der unbeobachtetste Ort, an dem sich jemals rumhängt. So, mal sehen, vielleicht geht sie da nochmal durch. Nicht long. Ah, und dann bin ich zu langsam. Na geil. Aber haben wir das richtig timet, ne? Dann kann man sie da drin auf jeden Fall erledigen. Wir sehen, ob sie hier noch irgendwas Spannendes macht im Shisha-Café. Oder da wirklich einfach nur durchbringt. Okay, sie guckt da nur einmal durch. Na ja. So, dann in dem Fall würde ich sagen, planen wir das Ganze mal neu. Und zwar schmuggeln wir uns. Nach hinten rein kann ich mir gar nichts schmuggeln. Okay, dann schmuggeln wir uns halt auf die Toilette. Äh, irgendeine Waffe. Total egal welche. Und dann gucken wir mal, ob wir ihre Leibwächter abschütteln können. Indem wir da einfach was platzieren. Ansonsten können wir natürlich auch da drinnen Feuerlöscher platzieren. Warum will ich es denn so kompliziert machen, ne? Dann können wir die draußen... Ähm... Dann können wir die draußen aufhalten, die Frau. Zinnig sogar ein Feuerlöscher irgendwie. Ähm, müsste ich hier nicht. Wo ist denn unser Schmuggeldings? Ach hier, in der Toilette, ne? Ja. So, hier gibt es noch Feuerlöscher, aber kein Feuerlöscher. Schade. Das wäre auch zu einfach gewesen. Und dann könnte man das zum Beispiel direkt hier an die Ecke legen. Ja, hier ist es direkt um die Ecke, ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal ausprobiert, auf jeden Fall. Aber das würde funktionieren. Also jetzt müssen wir nur warten, bis die Frau hier langkommt. Von welcher Seite kommt denn die heute? Wahrscheinlich kommt die zuerst von hier drüben, oder? Ja, wo ist die Frau? Wahrscheinlich werde ich hier erst mal Cut machen, bis die Frau ins Shisha-Pafé geht. Eigentlich müsste man die ja relativ leicht finden mit ihrer Eskorte. Ja, ich schätze mal, ich werde einfach Cut machen, werde warten, bis die Frau hier ankommt. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also, Cut. So, die gute Dame müsste ich jeden Moment hier sein. Okay, dann geht sie wieder weg. Um was zu tun. Das finde ich schwer zu machen. Na geil. Okay, dann holst du den Typ mal so leid, weil ich da kann man dadurch jetzt nicht weglocken. Wann, der Typ da mit hin. Weg. Okay. Wir können also einen Leibfächter damit weglocken. Und da ist sie. Ach, scheiße, jetzt ist natürlich ihr zweiter Leibfächter schon hier. Also, das hat nicht so geil geklappt. Dann vielleicht doch lieber der Sprengsatz. Da scheint mir da ein bisschen sicherer zu sein. Also, starten wir das Ganze nochmal. Und nehmen uns mit. Ein Türsprengsatz. Und dann müssen wir halt irgendwie eine Propangasflasche oder irgend sowas bekommen. Achso, jetzt Pistole natürlich nicht. Brauche ich hier sonst noch irgendwas? Nee, also ich kann ja nichts benutzen, was hier irgendwie ein Unfall aussehen würde. Leider. Ups, nein. Na, wir versuchen das nochmal. So, dann brauchen wir halt irgendwie einen Feuerlöscher oder eine Propangasflasche oder sowas. Einen Feuerlöscher bekommen wir wahrscheinlich nur in der Botschaft. Ja. Aber eine Propangasflasche müsste es auch tun, eigentlich, oder? Guten Abend, 47. Wir haben uns nicht zu beantworten, die Spezifische-Lokation zu beantworten. Aber sie war in der Stadtzentrale ein paar Stunden vor. Was auch du machst, nicht eine Kette von 47. Ich versuche mal, irgendwo einen Feuerlöscher aufzutreiben. Zur Not muss ich dafür halt wirklich in die Botschaft. Mal sehen, kommen wir da als Kellner rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen uns schleichen. Das wäre doch nur ein Feuerlöscher. Oh, sorry, Jungs. So, wir sind weg, ne? So, schleichen wir uns einfach hier unten rein. Hier ist ein Schlauch. Schlauch ist kein Feuerlöscher. So, irgendwo hier ist eine Kamera. Ich weiß noch nicht, ob die über der Tür ist, oder... Ja, nee, was? Äh, nicht? Wo ist denn die? Ich weiß, irgendwo hier ist einer. Hier sieht es ja auch nicht direkt nach Feuerlöscher aus, muss ich mal sagen. Hm, wahrscheinlich muss ich dazu wirklich irgendwie nach oben. Ah, ich hab uns bemerkt. Egal. Ja, wir machen das ja sowieso nochmal. So, aber für den Moment Feuerlöscher suchen. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Also hier unten, den Typen können wir auch erwerfen, das ist ja kein Problem. Aber das Problem ist eher, dass es hier unten scheinbar gar keinen Feuerlöscher gibt. Ha, na cool, okay. Also hier unten müssen wir schon mal nicht rein. Ja, weiterlaufen. Ja, da ist ja der Schwellenlöscher. Ja, da ist ja der Schwellenlöscher. Ja, hier gibt's überall Feuerlöscher. Äxte, ist ja großartig. Bringt uns aber nichts. Mal sehen, wenn hier irgendwie einer drin wäre, wäre das ziemlich gut. Rattengift. Propangasflaschen. Ja, an Propangasflaschen komme ich ran. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob die als Unfall gelten, wenn ich sie mit einer Propangasflasche erledige. Ich verfürchte echt, es gibt hier keinen Feuerlöscher. Das heißt, wir müssten uns dann irgendwie reinschleichen in die Botschaft. Ich weiß nicht, ich hab das ja mal versucht mit einem Propangasbehälter. Und das hat er nicht als Unfall gezählt, aber ich glaube, das wurde inzwischen wieder geändert, oder? Ich weiß es nicht. Hier gibt's auch kein Feuerlöscher. Ja, mir geht's gut. Danke, danke. So, hier gibt's doch alles Mögliche, aber keinen Feuerlöscher. Schade. Hier hinten hätte man nämlich auch ganz gut reingekonnt. Also brauchen wir irgendeine Verkleidung, mit der wir hier reinkommen. Ja, hier gibt's direkt einen. Oh, fuck, der erkennt uns. Achso, weil wir hier drin nicht sein dürfen, ne? Der erkennt uns auch. Okay, also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, ich hab einen Plan, Jungs und Mädels. Wir werden das jetzt, wir werden das also beim nächsten Mal in die Tat umsetzen. Wir werden da draußen einfach die Wachen aufhalten, weil die Frau da drin in die Luft sprengt, mit einem Feuerlöscher, den wir hier geklaut haben. Mal sehen, kann ich von hier aus, kriegt der das mit? Ne, das kriegt der nicht mit. Sehr schön. Der ist ja gerade rein. Ja, aber ich denke, das... ...durfte so funktionieren. Oder zumindest so ähnlich. Genau, dann können wir den hier nämlich mitnehmen. Und können uns dann da rein... Also, ich wünsche, es gäbe einen Feuerlöscher, der ein bisschen leichter zu bekommen ist. Gibt's aber leider nicht. Und dann können wir hier wahrscheinlich direkt als Soldat nach da hinten uns begeben, oder? Ich probier das gerade nochmal aus. Hab ich die Einladung mitgenommen? Ich weiß nicht. Ach, die Erkennungsdank für der Leibwächter. Das ist natürlich ungünstig. Aber das heißt, dann müssen wir uns dann wieder zurück umziehen. Okay, gut. Also, nächste Folge gibt's dann direkt auf die Mütze für die Frau. Wir müssen uns also einmal hin umziehen und dann wieder zurück und dann passt das. Hoffe ich. Blöd ist halt nur, die beiden Polizisten erkennen uns, wenn wir da in der Uniform rumgucken. Jetzt bin ich ganz rausgegangen. Na ja, macht nichts. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Um zu mir jetzt. Macht's gut und bis dann. Ciao. Wünsche euch noch mal. Wünsche euch noch mal. Wünsche euch noch mal. Wünsche euch noch mal. Wünsche euch noch mal.